Hallo Leute, willkommen zurück zu Mario Kart Wii. Nachdem wir alle Cups sowohl im 150er als auch im Spiegel durchgespielt haben, gibt es jetzt eine furiose Multiplayer-Session mit Juli. Und ich habe schon in den Kommentaren vernommen, dass ihr euch den größten Schmutz wünscht, den es so in dem Spiel gibt und das sind Versus-Rennen mit furiosen Items. Das Spiel ist ja so schon aggressiv, aber mit furiosen Items kann ich mir nicht vorstellen, dass wir heute dem Krankenhaus fernbleiben. Dennoch, wir machen das mit zufällig ausgewählten Kursen. Acht Rennen machen wir und ich hoffe, dass so ein bisschen Nostalgie-Gefühle währenddessen aufkommen. Funky Kong trägt dazu bei. Ja, den habe ich ja bislang noch nicht im Let's Play genutzt, obwohl er früher mein Hauptchar war. Jetzt ist seine Zeit angebrochen, mit dem Vario-Bike natürlich und auch du nimmst das, was du früher auch genommen hast. Yoshi mit der Windschütze. Aber Automatik habe ich ihr verboten. Will ich auch nicht mehr. Da bitte schon. Aber im Spiel nicht mehr. Nein, ich will auch keine Automatik mehr. Nein, ich will sie auch nicht mehr. Aber nicht so böse sein, wenn das skilltechnisch jetzt nicht passen sollte, weil es gibt nichts Schlimmeres als Blind, gefühlt, in ein furioses Mario Kart Rennen geschmissen zu werden. Wir haben vorher ein bisschen geübt und das sah gegen Ende auch ganz gut aus. Aber jetzt, wenn die Aufnahme läuft, ich kenne das von mir, geht eigentlich alles schief. Also los. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier passieren wird. Die Strecke hier finde ich eigentlich ganz geil. Magst du die auch? Ja, eigentlich schon. Wo wir gerade dabei sind, je nachdem, was du noch weißt. Was? Ich kriege als Achter eine Rakete? Ja, läuft bei dir? Je nachdem, was du noch weißt, welche Strecken es in dem Spiel gibt, fallen dir gerade irgendwelche Favoriten ein? Ähm, ach Gott. Ja, aber ich kann sie jetzt nicht mehr beim Namen nennen. Ja, dann welche Umgebung war? Also... Ja, dieses mit dem Blätter. Blätterwald, ja. Ja, genau, dieses. Ist sehr geil, ja. Die mochte ich auch. Dann, ähm, irgendeine Strand. Cooper Cup? Ja, ich denke schon, ja. Wir verstehen uns. Weil die gehören auch zu meinen absoluten Favoriten. Mundblickstraße, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die magst du nicht, obwohl ich sie liebe. Ja, sie sieht schön aus, aber ich mag sie halt nicht. Okay. Ist mir zu viel Verkehr. Und die Regenbogenstrecke so? Ach, komm mal hin. Also für eine Regenbogenstrecke geht sie eigentlich klar. Finde ich. Also ich finde die so schlimm. Wirklich? Weil es ist eigentlich die schlimmste Regenbogenstrecke, die es gibt. Findest du? Nee. Ja, doch. Nee, nee, nee. Auf keiner anderen geht es so heftig ab wie auf der. Aber geil ist sie schon, ja. Ja, ich finde sie schön und, ja. Also ich habe jetzt nichts gegen sie, nur es ist halt schon wild. Du bist Erster? Ja. Was zum Teufel. Und schau, wie gut ich da ausgestattet bin. Ich glaube, ich lege hier ein bisschen Sachen aus. Hast du dich die ganze Zeit zurückgehalten im Training oder was? Ja, ja, ja. Ich habe mich auch dumm gestellt. Gut, ich wurde aber auch von der Blue Shell weggeownt. Ja gut, im Training haben wir das viele Chars nicht so einfach gemacht, also. Und wenn man halt Erster ist, dann kann eigentlich nur noch der blaue Stachikon, deswegen. Das stimmt eigentlich. Ich glaube, bei Furios ist man als Erster tatsächlich am sichersten. Da kommt wirklich nur Blitz und Blue Shell, während auf allen anderen Plätzen halt wirklich alles passieren kann. Oh, das habe ich jetzt verkackt. Oh, du hast dich selbst gerippt, das musste passieren. Ja, von dem vielen Gelaber halt. Ich hätte es nicht geschafft. Nein. Du wärst Erster geworden. Ja, das ist so typisch. Ja, das ist so typisch. Jetzt hol dir wenigstens den Dritten. Mach keinen Scheiß, fahr ins Ziel. Mach ich doch, aber ja. Das wird nichts mehr. Ja, immerhin, immerhin. Unnötig. Oh, ey, ey. Wäre das nicht passiert, wärst du Erster geworden. Ja, typisch. Man labert und dann vergisst man sich und dann... Man kennt's. Mal sehen, wie es weitergeht. Wenn es dabei bleibt, dann ist das ja sehr gut. Wie gesagt, es ist schwierig. Die mochte ich... Nein, das ist einer meiner Hassstrecken, so. Zum Fahren finde ich sie auch echt unangenehm. Zum Fahren, also sie sieht sehr schön aus, aber zum Fahren... Aber Look und Musik, beides top. Tja. Wenn es dann nur nicht das Fahren gäbe. Ein Bike hast du jetzt nicht genommen wegen... Windstücke, weil Classic hast du halt früher auch immer gefahren. Ja, immer. Obwohl du weißt, dass die Bikes deutlich besser sind. Ja, ich weiß, aber... Ich mag sie halt und... Okay. Ich bleibe ihr loyal und freu. Ja, verstehe ich. Eigentlich mache ich auch keinen großen Profit von den Bikes, weil du musst eigentlich immer, wenn du die Möglichkeit hast, einen Wheelie machen. Ja. Und ich kann mich da jetzt eigentlich auch nicht wirklich drauf konzentrieren und habe auch nicht so die große Lust zu. Aber ich merke direkt, warum ich dieses Bike früher so intensiv gefahren bin. Ich finde das so geil. Als ob... Das hat vielleicht nicht die allerhöchste Geschwindigkeit, aber die Beschleunigung ist gut, das Handling ist geil. Ich komme mit dem Drift super klar und das sieht cool aus. Da kommen mit mir schon auch nostalgische Gefühle auf. Oh, Riesenloschi. Ja, ich wurde davor platt gemacht. Ich bin auf dem sicheren ersten Platz. Ihr könnt mir bislang nichts, aber mal sehen, was noch passiert. Ja, blauer Panzer zum Beispiel. Eine rote, die kann ich aber blockieren. Alter, es kommen so viele Bananen. Triple Bananen vor allem. Das ist echt krass. Das finde ich aber sogar gut, weil die Bananen sind gar nicht mal so stark in Marokatui, finde ich. Und mehr auf der Bahn zu haben, gleicht es ein bisschen aus. Oh, du blöder Ping. Ach ja, sie spielt übrigens ohne Musik. Wollte sie unbedingt. Kann man sich besser konzentrieren. Kann ich auch verstehen, bei Smash Bros. geht es mir da ähnlich. Jetzt geht es los. Das war übrigens meine, ne? War es der Blitz? Ne, der blaue Panzer. Okay. Es ist einfach beides gleichzeitig eingeschlagen, man kennt es. Hey, du hast noch einen? Ja. Was ist das, Mann? Ich hab dir lieber, aber dafür bin ich in den blöden Ping. Ja, hallo, du sollst nicht da nicht ausruhen auf den billigen Plätzen. Du brauchst doch schon so viel Action wie ich. Du bist auf dem billigen Platz, auf dem allerallerletzten. Ja, bin ich ja auch. Das leugne ich ja auch nicht. Schau lieber, dass du das gefixt bekommst, sonst ist das schon ein sehr heftiger Nackenschlag. Ja, Rakete regelt schon. Okay, der Treffer ist geil, aber da ist noch... Ja, komm! Verpiss doch alle! Ach, schon bin ich der. Hey, du unverdienter... Die dritte ist so... Absolut unverdient. Wäre ziemlich lustig. Oh, ich hab's hier geil zu nehmen. Das hab ich im ganzen Rest bei keinem anderen Carden beigeschafft. Ich stelle mich nicht mehr so gut an die Strecke und dann mache ich solche dummen Fehler. Tja, die Höhle ist schwer. Ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. So. Ich hab's noch geregelt und du? Ja, scheiße. Kein Item. Ist das dein Ernst? Ja, jetzt bin ich richtig ripp hier. Komm, Maxi trifft aber... Komm, hol noch 102 raus. Das wird mich jetzt auch nicht retten, nein. Leider nicht, leider gar nicht. Ja, wie gesagt, ich mag diese Strecke nicht. Dann hoffen wir, dass nun eine bessere kommt. Acht Rennen sind eine Menge. Oh, die mag ich eigentlich. Kultmine. Ist schon cool, aber hier kann es auch ganz schön zur Sache gehen, weil es wird häufiger mal eng. Oh, und so Raketen, Bananen können an falschen Stellen echt belastend sein. Schauen wir mal. Aber Franky macht echt Spaß mit seinen Freakouts. Allein deswegen hab ich ihn damals schon gefahren. Ich wünschte, er käme zurück. Den Markkart 9. Wäre geil. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das auch wie so ein Smash, dass halt alle Chars kommen. Stimmt, ja. Alle, die jemals dabei waren, wieder reinholen. Genau. Warum nicht? Aber es müsste erst mal angekündigt werden. Zeit wird's. Für so einige Spiele. Autsch. Ja, das stimmt. Links ist die Abkürzung, falls du dich noch erinnern kannst. Ja, schon, ich weiß, aber alles. Ja, was? Ich bleib da erst auf am Ziel hängen. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert. Ach, du weißt, wahrscheinlich. Das war belastend. Das war eine große Attacke von Diddy. Boah, diese blöde Banane. Das konnte ich auch gar nicht sehen hier. Oh, jetzt ist die Blutstelle mal richtig geil. Ich lass die mal vorbeiziehen. Sehr gut. Sind alle nahe beieinander. Also eine gute Aktion von dir und du bist Zweiter. Oder eine Lost-Aktion und du bist mega abgeschlagen, sagte er, während er runterfällt. So was jetzt echt? Ich bin Dritter. Ja, ich war Dritter, bevor ich gerade überfahren würde. Ich war mir aber auch gerade unsicher, ob man die Waggons hier berühren darf. Ja, ist klar. Bei Mark hat 8 geht das. Hallo, was soll denn das? Ich war gerade Dritter und dann werde ich nur noch überfahren. Ja, okay, jetzt bin ich aber auch ordentlich am Struggeln. Ich bin jetzt schon ein bisschen schildert so. Ich sag's, wenn man einmal in diesem Fluss drin ist, an Scheiße, das ist schwer rauszukommen. Das ist gerade alles scheiße. Golpisch schmeckt aber. Ja, bis dir irgendein Asi da entgegen fährt und du keinen Pings mehr hast. Ja, ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich eigentlich nicht hätte weggestoßen. Ja, echt. Ermordet. Ja, das war's dann wohl. Ja, das denke ich auch. Ja, Furios, das ist einfach. Wenn du da nicht erster bist, wenn du da deine Ruhe hast. Jetzt habe ich aber auch nicht die besten Items, trotz Furios, oh mein Gott. What the fuck? What happened? Zu spät. Komm, zweiter noch. Ehre. Oh yes, baby. Geile Szenen. Siebter. Gut gefahren. Gut gefahren, Kappa. Ja, ich bin auch oft gut gefahren, aber wenn du von allem kaputtgeplatt walzt wirst. Diese Kugelwillis, die sollten echt aus dem Spiel entfernt werden. Ja, genauso wie die ganzen Sterne und Maxi-Pilze. Nee, die sind überhaupt nicht overpowered, aber die Rakete ist komplett OP. Ach, die mag ich auch, die glühend heiße Wüste. Gilt auch für Mario Kart 8. Also, ich verstehe, dass es noch ein Item geben soll, was halt so ein Noobs bisschen pusht, aber es ist einfach zu heftig. Jetzt unabhängig von dir. Ja, ich war auch in einem Scheiß. Allgemein gesprochen. Die Wüste von Dubai. Zieh mal hin, habe ich gehört, Kappa. Ganz sicher. Nicht los. Ach ja, es fängt ja schön an. War das einfach nur ein Glückstreffer im ersten Rennen? Nein. Jetzt gibt es noch viel mehr, dass du nicht erster wurdest. Ja, das war dumm halt von mir. Wie viel die Rakete ist das jetzt? Kann man einen in den Kommentaren bitte mitzählen? Es wird ziemlich egal, weil ich wurde vorhin von einer Rakete übelst gehittet. Gleich am Anfang. Oh yes, Blue Shell fühle ich gerade. Und Maxi Pils. Yeah. Wieso habe ich keinen von denen erwischt? So, aber die, die wenigstens. Die Abkürzung kann ich jetzt nicht mehr fahren. Schade eigentlich. Was? Wieso? Was macht man da weg? Das wusste ich gar nicht mehr. Das nicht in den tiefen Sand. Da lauern die Skorpione. Das macht, die machen mir nix aus. Ach, Mai, ich sagte, ich kann mich alle überhören. Ich habe das voll vergessen, dass man da... Maximal lost. Und die schöne Blitz-Blue Shell-Combo. Man kennt sie. Oh, bitte kein blöder Sand. Ja, sieht gut aus. Wieso brennt ihr so auf? Ich bin ein schön Vorsprung hier anzueignen. Ja, ich treffe ihn mit meiner eigenen Banane. Kann man sich nicht ausdenken. Hä? Was passiert? Was war das? Wieso, wo kommt der Bob-Omp her? Und wieso zum Geier bist du erster gerade? Ich bin schon länger erster, ne? Nur so zur Info. Das Rennen wurde ja mal massiv gehackt. Ja, genau. Oh, ich wollte... Oh, ich habe neun. Egal. Ich habe neun Goldpils. Yo. Okay, ich kriege dich tatsächlich nicht mehr. Aber, Zweiter. Ich habe hier vorne geschlafen. Und ich hätte sich fast noch gepackt. Gepackt? Das klingt ein bisschen falsch. Ich weiß wirklich nicht, wie du hier den Ersten geholt hast. Aber Glückwunsch. Ich war aber länger schon erster, ne? Ja, wie gesagt, als erster hast du so entspannt. Du hast nicht diesen Trubel. Ja, mir hat irgendjemand einen Bobber in den Arsch gesteckt. Und dann war ich halt wirklich hart am Rippen. Streckenvorschau und skippen wir, weil da haben wir ja alle schon gesehen, ne? Braucht man nicht. Nee, brauche ich nicht. Außerdem bin ich gerade aggro. Dich brauche man auch nicht. Die Schrecke kann sehr, sehr böse sein, obwohl sie in den Pilzkapp-Schrecke ist. Bin mal gespannt, wie du hier abschneiden wirst. Also gerade die Kurven gegen Ende sind übelst krank. Und habe ich gerade Daisy wirklich in der Luft geplättet? Die muss ja komplett zerstört worden sein. Ich bin gerade immer noch vor dir. Ja, nicht mehr lang. Jetzt bin ich zweiter und jetzt bin ich erst. Genießt das Gefühl, es hält nicht lange an. Wie unsere Ehe, Kappa. Ja. Ganz dünnes Eis. Hier, nimm das. Hä, wie ist das? Ja, Instant Karma. Bitte. Oh nein, oh, wie geht's. Ich glaube, ich war zwei Sekunden erster und dann kam die Blutschein. Ja, toll, wieso bin ich jetzt Zehnter, hallo? Nur wegen dem einen blöden Move von dir. Ich habe mich abgestochen. Das hat alles gekillt, ja. Achso, ich wusste gar nicht, dass der erster ist. Ach, da bist du, oder? Ja, ja, es sind wieder alle ineinander verflochten hier. Ja, aber ich habe hier. Am Swingen. Nein, jetzt bleibe ich tatsächlich in der Scheiß-Bande da hängen, ey. Blushels können wir auch mal zählen. Und wir brauchen eine Abstimmung. Was kam heutiger vor? Blushel oder Kugel-Billy? Blushel holt gerade auf. Das ist der dritte oder vierte. Nein. Oh ja, aber dann falle ich in die Banane rein, als ob. Komme ich jeweils von dieser dummen Drecksplatzierung jetzt weg. Ja, was soll das denn? Mein Bob-Omb. Der sollte eigentlich andere treffen, aber das nehme ich auch. Ja, das ist mir klar. Sehr nice. Oh, hier ist die Blushel hat auch zwei erwischt. Top. Noch ein Bob-Omb. Ja! Hallo, schreibe ich nicht so ins Ohr. Ist dein Ohr das Mikro? Nein, aber so wie du reinschreißt, komme ich hier volle Dämonie mit. Ja, das war aber auch heftig gerade. Wobei die Buschel mich noch im Bränden hält. Ja, das war aber zu eng. Wie ist das denn kein Item gewesen? Ich habe auch kein Item bekommen. Ja, als sechster. Oh, wobei, diese Buschel, die fix noch ein bisschen was. Ja, vierter. Okay. Muss man mal nehmen hier. Oh, sechster. Oh, der Stunt hat noch zwei Plätze rausgeholt. Ja. Noch sieht es gut aus, für beide sogar. Geil. So mehr oder weniger. Dreienrennen gibt es noch. Und bei Marispistil, auffassen auf den Kettenhund. Ja. Das musste ich schmerzlich erfahren. Ach, komm, abgewürgt. Als ob der Superstart so schwer ist. Oh. Na gut, ich glaube, aber auch ein bisschen Lack gerade. Weg. Fällt dir noch eine Strecke an, die du so gar nicht magst? Ja, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Das ist diese Retro-Strecke mit den Bugis. Auf diesem hölzernen Boden. Geistertal. Ja. Gott. Das finde ich eins von den schlimmsten. Weil die ist einfach langweilig. Habt ihr das gehört, Nintendo Japan? Ja, da ist nichts groß. Also die ist halt nicht schön, die geil. Ehre komplett genommen. Sie ist enttäuschend einfach. Nein. Es ist halt auch schwer, SNS-Strecken aufzuwerten. Ach, als ob jetzt niemand da ist. Ich wurde gerade weggesprengt. Mal wieder. Oh, Mann. Next Blue Shell, die kommen ja wirklich wie vom Band. Als wenn es Cheeseburger wären. Hallo? Das hast du absichtlich gestört? Ja, ich hab dich gestört. Oh, hab ich ein Glück. Ich seht ja immer den bösen Menschen, dass sie viel Glück haben. Ab nach Hause jetzt. Ab nach Hause. Pizza im Ofen. Lol, Opfer. Aber schade. Hättest du jetzt eigentlich noch Big Points machen können? So dessen wirst du durchgereicht. Oh, Mann. Typisch wieder. Ja, das ist belastlos. Das darf jetzt nicht nochmal passieren, sonst kommt der große Absturz. Siehst du das? Ja, ich sehe das schon. Kommt der große Absturz. Die nächsten zwei Rennen müssen überdurchschnittlich sein. Ja, das war jetzt nicht meine Schuld. Gut, ich bin gegen den Gumba ein bisschen. Das danach nicht mehr, aber du hast es ausgelöst so. Bowsers Castle. Vom Game Boy Advance. Ich hatte so viel Spaß mit Mario Kart Super Circle. Hast du welche für so Game Boy oder Nintendo DS gehabt? Mario Kart? Nein. Nee. Ich hab wirklich nur Pokémon gespielt auf DS und alles. Du bist so dieses typische Nintendo-Mädchen, was nur Pokémon spielt. Oder Animal Crossing. Nein, Animal Crossing hatte ich nie gespielt. Und Zelda habe ich halt gespielt. Auf der Switch. Ja, das war mein erstes Animal Crossing. Nur Zelda und Pokémon. Naja, wieso Mario Party und alles? Das habe ich ja auch alles gespielt. Mario 64 und alles. Ja, nee, nee. Ich spreche jetzt nur von Handheld. Weil es gibt super viele, die halt nur Pokémon gespielt haben. Ja, nur deswegen habe ich mir den gekauft, so. Das war der einzige Grund, so. Zu Realtalk. Und ich war nicht die Einzige, also. Sag ich ja. Also auch viele Boys, so. Genau das ist irgendwas. Okay, das ist ja ungewöhnlich. Ja, komm mal. Ja, jetzt kommen die ganzen Kücher da. Also auf Konsole schon eher breiter aufgestellt. War Party, Zelda und so, ne? Ja, und halt Mario-Spiele. Smash natürlich. Stimmt. Smash auch. Aber warum dann nicht auf dem DS? Keine Ahnung. Das hat einfach nicht dasselbe viel Feeling, wenn du so Pixel da hast. Das verstehe ich. Ja? Pokémon ist halt Pokémon, ne? Das ist halt. Nur deswegen, nur deswegen, ja, gibt es Game Freak noch, so. Weil es halt Pokémon ist. Nur ein Schauschwert und Schild. Wenn du das hältst, dann kann nicht mehr viel passieren. Ja, wenn mich niemand irgendwie... Aber ich leg wieder tausend Bananen in den Hauen. Wer hat hier diese Kiste geschmissen? Keine Ahnung. Noch ein Trocken oder du? Ja, wie... Wo kommt denn der Knochen? Boah, was soll jetzt auf einmal her? Haltet euch von mir fern. Ich hab Läuse. Ja, das ist... Kein Geheimnis. Ganz durchlaust, der Affe. Ich hab das Gefühl, es wird noch irgendwas ganz Blödes kommen. Der Blitz ist zum Glück nicht hier eingeschlagen. Also hätte ich auch in die Lava fallen können, wenn ich Pech habe. Aber das fixt dann ja der fucking Powerblock. Ich spuck auf deinen Kopf. Oh, ich bin Erster. Leck mich. Gön. Ja, nehmt euch alle Items. Kein Problem. Nein. Ja, gönn, Bruder. Ja, jetzt hab ich nichts dagegen. Alle weg. Alles Gesindel weg. Weg. Der Kugel-Philipp-Pfosten ist einfach in mir reingerannt. Und gestorben. Und du kannst gleich wieder nach hinten gehen. Oh. 200er-Equen-Fast-Gills. Komm, Blushel. Bitte. Nein. Da kommt sie doch. Ja, jetzt kommt man zu spät, Mann. Vor allem, das hab ich überholt. Ich hab absolut witzlos. Oh, so unnötig, ja. Aber egal, das rettet deinen Arsch. Eigentlich hätte ich den Arsch nur verdient. Also, wenn du jetzt nicht ultra sagst, dann ist der dritte drin. Aber welche Strecke ist es? Oh, eigentlich ganz chillig. Ich würde da sogar Urlaub machen. Trotz der Piraten. Würde das Risiko eingehen. Der Strand ist so nice. Und hier ist das Wasser auch so flach. Ich liebe flaches Wasser. Vor allem, wenn es noch so türkis ist. Und so ein bisschen durchgemacht. Das hitzt sich dann ja noch mal heftiger als das tiefe Wasser. Ich hab das so heftig gefeiert, als wir Italien, Kroatien und so in Urlaub waren. Und das so ultraflaches Wasser teilweise gehabt. Und so Buchten. Das ist viel, viel geiler als das normale Meer, ey. Mega. Gibt's viele so geheime Strände, wo auch kein Schwein ist. Aber zumindest damals war es so. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Mittelmeer fühle ich eh nicht so. Aber diese Buchten und alles ist geil. Können wir die Krebse bitte auf den Grill hauen? Ja, oder irgendwo anders. Schön mit Knoblauch marinieren. Jetzt entscheidet es sich. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich fahr jetzt einmal den normalen Weg in meinem Leben. Mach ich sonst nie. Ja, muss natürlich noch Blushet kommen. Genau. Ja, nur die hat noch gefehlt gehabt. Okay. Okay. Jetzt wirst du mich ownen, oder was? Nee, schaffst du nicht mehr. Oder? Oder? Oh, so knapp. Oh nein. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Ja, schön, schön. Aber das war das nicht mehr, ne? Oh doch, warte. Nein, da ist einer mit 69. Ach, der Didi, der steht auf 69. Okay. Ja, aber trotzdem geil. Sehr schönes Ergebnis. Für Furios. Genau, vor allem für Furios. Es waren viel zu viele Blushets leider, aber... Ja, wir haben es durchgezogen, haben es ertragen und sind beide auf dem Podest. Wunderbar. Und Didi gönne ich es auch. Didi ist Ehre. Naja, geht so. Doch, total. Wunderbar. Wir werden auch noch den Battle-Modus auschecken. Das dann in der nächsten Folge. Das dann in der nächsten Folge.